Ja, die Saison 23-24 ist jetzt mittlerweile schon länger beendet, aber ich habe es halt leider nicht hinbekommen, vor der EM noch alle meine Reaktionen und Teams der Saisons hochzuladen zu den jeweiligen Ligen, zu ein paar bzw. zu den wichtigsten schon, aber es fehlen noch ein paar internationale Ligen. Wer jetzt kein Interesse mehr daran hat, schaltet einfach ab, ich mache das jetzt einfach für mich und ich würde sagen, wir starten rein mit meiner Prognose für die Liga-Saison 23-24 und meiner Reaktion darauf, wie es dann tatsächlich eingetreten ist. Wenn ihr mich nach meinem Gefühl fragt, ich habe tatsächlich fast überhaupt keine Ahnung mehr, das ist mittlerweile so lange her, 10 Monate, also ja, mal schauen. Und auf Platz 18 kommt dann aber auch direkt schon einer der Aufsteiger, sind ja in dem Fall nur zwei Aufsteiger tatsächlich und bei mir ist das der FC Metz. Sie sind da... Ja, wurden 16-ter. ...als zweiter aufgestiegen mit viel Offensivspektakel vorne... ...und sind ja auch tatsächlich wieder abgestiegen durch die Relegation. ...vorne wie hinten, aber vor allem vorne mit Top-Talent Mikau Taze im Sturmzentrum, der ordentlich für Aufsehen sorgen wird, auch in dieser Saison. Allerdings ist die Kaderqualität hinter ihm weiterhin... Ach, also Mikau Taze war zu dem Zeitpunkt noch im Kader, ist dann in dem Sommer noch gewechselt zu Ajax, aber im Winter haben sie ihn zurückgeliehen und dann hat er absolut geballt. Hat ihnen auch geholfen, dass sie überhaupt noch auf Platz 16 kamen, aber am Ende hat es nicht gereicht und Mikau Taze ist auch nicht mehr bei ihnen. ...nur bedingt auf Erstliganiveau, auch wenn man kaum wichtige Spieler verloren hat. Dennoch hat man sich durch die Neuzugänge nicht so krass verbessert, sodass ich den Klassenerhalt für sie als nicht unbedingt realistisch erachte und dementsprechend mein Platz 18. Ja, an sich gute Worte sind ja abgestiegen, hatte ich aber ein bisschen zu tief. Dementsprechend zwei Plätze Unterschied zwischen Tipp und Realität. Auf Platz 17, also auch noch einer der direkten Absteiger, ist für mich tatsächlich Nort. Nach der letzten Saison mit Europa League, Abstiegskampf und verloren im Pokalfinale sieht es echt nicht gut aus. Trainer Aristui hat mit ihnen in sechs Spielen zwar die Klasse gehalten, aber einen schwachen Punkteschnitt von nur 0,67 Punkten vorzuweisen. Dennoch ist er natürlich noch im Amt, weil nach sechs Spielen will man ihn ja wohl kaum entlassen. Es ist also so eine schwierige Besetzung. Zudem hat man mit Blas seinen wichtigsten Offensiv- und mit Giroto seinen wichtigsten Defensivspieler abgegeben. Die Neuzugänge wiederum kommen alle aus keinen Top-Ligen und brauchen dementsprechend noch Anpassungszeit. Der Verein hat ohnehin finanzielle Probleme und steigt laut meiner Prognose ab. Naja, abgestiegen sind sie nicht, aber sie waren auch nur vier Punkte davon entfernt. Also der Bereich, wo ich sie gesehen habe, war schon ganz in Ordnung, war aber vielleicht auch ein bisschen ein Hot-Take, dass ich sie dann wirklich als Absteiger getippt habe. Aber dass sie auf jeden Fall im Abstiegskampf sein werden, war jetzt schon zu erwarten und daher drei Plätze Unterschied geht noch in Ordnung. Und auf Platz 16, der jetzt ebenfalls wie in Deutschland eine Relegation gegen den Dritten aus der Zweiten Liga bedeutet, habe ich den FC Toulouse. Man hat sich trotz Aufstieg im Jahr... Aber da, ja, da lag ich falsch, denn es gibt tatsächlich ein Playoff-System der Zweiten Liga und dann spielt eben der Sieger der Playoffs gegen diesen Platz 16, der aber nicht Toulouse war. Die wurden Elfter, habe ich also schon auf jeden Fall viel zu schlecht angesehen. Und er hat's wirklich gut gemacht. Ne, war schon deutlich zu schwach von mir. Sie haben's hinten raus echt noch gut gemacht, als dann die Dreifach-Belastung auch weggefallen ist. Aber auch davor war es jetzt nicht allzu schlecht, haben da immer das Maximum aus dem Kader herausgeholt und daher wirklich Lob an Toulouse, haben wieder mal eine starke Saison gespielt. Auf Platz 15, der jetzt eben den Klassenerhalt bedeutet, kommt bei mir der zweite Aufsteiger mit Le Havre. Die sind als Meister aufgestiegen mit einer stabilen... Oh, Punktlandung. Nice! ...spielen Defensive. Man konnte den Kader ohne Qualitätsverlust beisammenhalten und er wurde für die erste Liga weiter verstärkt mit einigen Neuzugängen, von denen vor allem Kuziaev eine wichtige Rolle spielen wird. Ansonsten haben sie mit Toulouse die, wie ich finde, beste Nachwuchsabteilung Frankreichs nach Stadren und werden da immer wieder mal ein paar Top-Talente aus dem Ärmel zaubern, die ihnen behilflich sein können, ihnen den Klassenerhalt bescheren zu können, auch wenn es definitiv sehr eng werden könnte, worauf man aber auch eingestellt ist. Also da wäre alles andere wie der direkte Abstieg, glaube ich, schon ein großer Erfolg. Und das war's, genauso wie ich es prognostiziert habe, auf Platz 15. Also ja, man ist, glaube ich, gar nicht mal so gut in die Saison gestartet, hatte dann eine extrem gute Phase, hinten raus wurde es dann nochmal extrem eng, aber man hat es geschafft, die Klasse gehalten und ich glaube, wie gesagt, man konnte sich nicht viel mehr erhoffen, und daher auf jeden Fall guter Tipp und auch für den Verein eine gute Platzierung. Auf Platz 14 kommt bei mir dann der FC Lorient. Trotz Unruhe nach der schwachen Rückrunde, nach außergewöhnlich starker Hinrunde, letztes Jahr konnte man Lorient wurde 17. und ist abgestiegen. ...mann Trainer Le Pry halten, was auf jeden Fall schon mal sehr wichtig ist. Shootingstar Le Fee hingegen ist weg, geholt hat man neben Tosin und Formos-Mondy auch den freigesprochenen Borchema-Mondy von Manchester City. Ich mag den Kader so eigentlich, aber in der Breite wird es halt schon ein bisschen schwierig und eng und so könnte man auch deshalb in den Abstiegskampf rutschen, da man vergangene Saison fast 13 Punkte mehr wie erwartet geholt hat. Lorient, ja, abgestiegen, tatsächlich. Sah eigentlich lange recht gut aus, dass es in etwa so wie mein Tipp eintritt, dass sie knapp die Klasse halten, aber hinten raus wirklich fast alles verloren und dann wird es halt eben schwierig und deshalb tatsächlich abgestiegen. Drei Plätze Unterschied zwischen der Realität und meiner Prognose. Mein Platz 13 ist dann startpresst bis auf den Abgang von... Oh, stimmt, da war ja was, aber hören wir mal rein. Also presst die Überraschungsmannschaft schlechthin, wenn nicht sogar die größte Überraschung aller fünf Top-Ligen. Ich habe ja auch eine Analyse zu ihnen gemacht, da ansonsten in Deutschland fast niemand, über die ich so wirklich gesprochen habe, beziehungsweise nicht so wirklich in die Tiefe gegangen ist. Schaut auch gerne nochmal vorbei, aber mal schauen, was ich vor der Saison gesagt habe. Von Franck Honorat zu Gladbach gab es wenig Bewegung im Kader, man ist also recht eingespielt. Ansonsten hat man eine sehr interessante Trainerpersonalie mit Eric Rohr, der eigentlich Sportdirektor ist, zuletzt vor über zehn Jahren Trainer war, aber letzte Saison dann übernommen hat und einen starken Punkteschnitt von 1,6 aufweisen kann. Den wird man so wahrscheinlich nicht ganz halten können, dennoch... Doch, sogar wahrscheinlich noch verbessern. Ja, müsste man verbessert haben. ...werd man nicht in Abstiegsnot geraten, wie von vielen anderen vermutet wird. Auf der 12-Saison... Was, 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 was? ...wahrscheinlich nicht ganz halten können, dennoch wird man nicht in Abstiegsnot geraten, wie von vielen anderen vermutet wird. Ja, also da bringe ich es auf den Punkt. Viele haben, glaube ich, schon vor der Saison gedacht, dass die im Abstiegskampf drin sind. Da habe ich mich schon klar festgelegt, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Und genau das ist ja auch eingetreten. Allerdings haben sie sich halt sensationell für die Champions League qualifiziert. Gut, so hat das wahrscheinlich keiner kommen sehen. Und deshalb 10 Punkte Unterschied ist natürlich viel. Aber ich kann noch damit leben. Auf der 12 sehe ich dann, Clermont, letztes Jahr war man neben... Scheiße. Da war ja noch was. Die sind nämlich letzter geworden in der Realität und auch relativ abgeschlagen. Beziehungsweise man hat sich nochmal rangekämpft am Ende. Aber das war halt einfach zu wenig über den Beginn der Saison und auch zur Hälfte. Am Ende war es zwar noch mal ganz gut, aber ja. Lors die Überraschungsmannschaft auf Platz 8 letztendlich, nachdem ich sie auf Platz 20 getippt hatte. Mit Trainer Gassion, der seit zweit... Ja, wow. Letztes Jahr hatte ich sie als letzter getippt und da wurden sie Achter. Jetzt auf der 12 und sie wurden Letzter. Danke. 2017 im Amt ist, wird man erneut im Mittelfeld landen, denn von den wichtigen Spielern hat sie nur Cowie verlassen. Hinzugeholt hat man unter anderem Pellmar von Basel. Da man letztes Jahr stark overperformed hat, habe ich sie dieses Jahr ein Stück tiefer, sehe sie aber nicht im Abstiegskampf. Sie waren auch tatsächlich nicht im Abstiegskampf, weil sie eigentlich sogar darunter waren die meiste Zeit. Aber trotzdem lag ich da sechs Plätze daneben. Auf Rang 11 sehe ich dann Straßburg. Da war so einiges los nach der Spann in der letzten Saison. Ja, wurden 13 da. Mit mehreren Trainern, denn im Sommer wurde man von Chelsea-Besitzer Todd Bowley gekauft, Vieira als Trainer eingestellt und dementsprechend hat man einige vielversprechende Spieler überteuert gekauft, wie man es auch von Chelsea derzeit gewohnt ist und für die sie die Spieler ausbilden sollen. So wird man mit der Kaderqualität nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und zunächst im sicheren Mittelfeld landen, wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass nach oben viel gehen wird. Souverän vorgetragen, ist so ähnlich eingetreten, nur halt zwei Plätze weiter hinten. Also bin ich zufrieden mit. Auf der 10 kommt für mich dann Stadras. Das ist, wie ich finde, ein echt... Stadras wurde neunter. Ein Punkt vor Platz 10. Sehr interessantes Projekt mit dem populären 30-jährigen Will Still als Trainer, die wichtige Abgänge zu verkraften haben mit Kayust, Dion Lopi, Flips, aber natürlich vor allem Balogun, deren Torjäger, der nur ausgeliehen war von Arsenal. Dennoch stehen auf der Zugangsseite, vor allem durch den festen Ekite-Käferkauf, finanziert noch interessantere Neuzugänge mit Nakamura, Darami, Okumu, Teuma, Bojang, Diakite, Katra und das waren noch nicht mal alle. Ich habe jetzt hier nur mal die interessantesten genannt und so... Ja, sind jetzt alle nicht ganz so stark eingeschlagen. Teuma noch am meisten, aber ja, trotzdem stabile Neuzugänge. Wird man erneut überraschen, wenn man das noch so sagen kann, aber auf jeden Fall Platz 10 um den Drehraum, da sehe ich sie auf... Ja, überraschend war es jetzt nicht mehr wirklich. Die sind jetzt da schon relativ gefestigt in dem Bereich, daher lag ich da auch ganz gut. Auf Platz 9 kommt für mich dann Montpellier, denn... Ah gut, ich hatte schon befürchtet, dass ich sie noch höher habe, denn sie wurden Zwölfter, aber mal schauen, was ich gesagt habe. Letzte Saison hat man nach schwacher Hinrunde die Reißleine gezogen und Ex-Trainer der Zakarian wieder eingestellt, mit dem man tatsächlich Vierter in der Rückrundentabelle wurde, was auf jeden Fall ein dickes Ausrufezeichen war. Nun wurde Maftidi verkauft, aber vor allem Top-Türschütze Wahi wird wahrscheinlich auch noch verkauft werden, bis das Transferfenster schließt. Ja, ist zu Loss gegangen. Zugangsseite wiederum stehen Omar Ragic und Akkor Items, der ebenfalls ein vielversprechender Stürmer ist. Ja, ist auch relativ gut in die Fußstapfen reingekommen zu Beginn. Am Ende war es dann nicht mehr ganz überzeugend, aber trotzdem ein großes Talent. Mit den eigenen Talenten Istef und Jota kann man diese Saison definitiv überraschen und in der oberen Tabellenhälfte landen. Ja, obere Tabellenhälfte wurde es nicht. Es wurde am Ende Platz 12. Sah am Anfang auch so gut aus, wie ich es erwartet habe. Dann sah es wiederum eher nach Abstiegskampf aus. Am Ende Platz 12 kann ich noch mit leben, in Anbetracht dessen, dass sie teilweise etwas tiefer waren, aber ich hätte mir schon ein bisschen mehr von Montpellier erhofft. Daher eine Differenz von drei Plätzen. Einen Platz weiter auf der 8 habe ich dann OGC Nizza. Nach der verkeugsten Vorsaison auf... Ein bisschen zu niedrig wurden Fünfter. Auf Platz 9 ist der neue Trainer der 34-jährige Farioli, der einen sehr interessanten Werdegang zu bieten hat. Vom Torwarttrainer unter De Serbi zum Co-Trainer zum Cheftrainer in der Türkei und nun eben der Trainer von Nizza. Trotzdessen ist er natürlich noch recht jung und unerfahren, aber er hat definitiv eine klare Spielidee und lässt diese auch umsetzen. Geholt wurden Kader-Technisch Boga und Sanson und so hat der Kader schon das Potenzial, die europäischen Plätze zu erreichen. Aber ich sehe die restlichen Teams eben qualitativ noch über ihnen und glaube nicht, dass man viel höher wie Platz 8 finishen wird. Doch Fünfter und tatsächlich war vor allem der Beginn extrem stark. Ich hätte eher erwartet, dass sie sich zu Beginn etwas mehr schwer tun mit der neuen Spielweise. Aber sie waren ja teilweise Erster, dann lange Zweiter, sind dann am Ende aber noch abgefallen auf Platz 5. Was ich persönlich in Anbetracht meiner Prognose ganz gut fand, weil die Differenz jetzt nur drei Plätze sind. Aber ich habe es ja gesagt, ich traue ihnen die internationalen Plätze zu, sehe halt die anderen Teams qualitativ stärker und dabei würde ich auch tatsächlich bleiben. Aber die haben halt teilweise nicht ganz so überzeugt, nicht das Maximum aus dem Kader herausgeholt. Daher kann ich damit noch ganz gut leben. Und zu diesen besseren Teams kommen wir jetzt und fangen an bzw. machen weiter mit Olympique Lyon. Lyon auf 7 wurden 6 da. Also ja, die haben natürlich eine Hinrunde wie ein Absteiger gespielt, eine Rückrunde wie ein Meister. Am Ende kamen sie in etwa da raus, wo ich sie prognostiziert habe. Und ich glaube, ich habe auch irgendwie kritische Worte für sie gefunden und sie trotzdem auf 7 gesetzt. Mal reinhören. Die letzten Jahre immer enttäuscht, trotz super Einzelspielern. Unter Blanc hat man eigentlich eine gute Rückrunde gespielt mit Platz 3 in der Rückrundentabelle. Aber bei Lyon will ich mich nicht mehr täuschen lassen. Da läuft einfach so viel anderweitig falsch im Verein. Im Hintergrund, nachdem man jetzt zweimal hintereinander nicht europäisch vertreten ist. Der Abgang von Luqueba zu Leipzig schmerzt. Er wurde mit Jaleta K. ersetzt und auch Maitland Niles und Marta konnte man verpflichten. Vom Team her müsste man mit Spielern wie Cherki, Lacazette, Kakaré und so weiter eigentlich in die Top 4 kommen. Aber ich habe ja meine Bedenken schon geäußert. Ich möchte nicht wieder den gleichen Fehler machen wie letztes Jahr, als ich sie auf Platz 2 getippt habe. Und deshalb jetzt mal nur auf 7. Wahrscheinlich werden sie jetzt wieder überzeugen. Aber ja, mal schauen. Wir sehen es dann in 10 Monaten bei der Reaction. Und wir sehen, ich lag in etwa richtig einen Platz weiter hinten, habe ich sie getippt. Sie wurden 6. Und ja, eigentlich habe ich es gewissermaßen auf den Punkt gebracht, dass sie jetzt zwei so unterschiedliche Halbserien spielen. Konnte ich auch nicht erwarten. Aber ich bin zufrieden. Machen wir weiter. Wir gehen über zu Platz 6 und da habe ich den Vizemeister aus dem Vorjahr mit dem RC. Ja, gut. Lors und Lyon gerade vertauscht. Denn Lors habe ich auch 6 und die wurden 7. Und Vorsaison schmerzen die Abgänge von Openda und Kapitän Fofana. Sie haben zwar natürlich wieder gute Neuzugänge gemacht, wie immer, mit Spierings, Andi Diouf, Cortez und Moigorgi Lavogui und kommen ohnehin auch eher über das Kollektiv und das System von Trainer S. Aber jetzt wird es aufgrund des Qualitätsverlusts und der Dreifachbelastung mit der Champions League dennoch eine etwas schwächere Saison. Wobei mit Platz 6 wohl dennoch noch die meisten zufrieden wären, wenn man bedenkt, wo Lors herkommt. Ja, definitiv und Dreifachbelastung hat man da natürlich auch mit einberechnen müssen, habe ich ja gesagt. Sind ja dann in der Champions League runtergegangen in die Euroleague, gegen Freiburg ausgeschieden. Da hatte ich jetzt auch nichts dagegen, war ich sogar im Stadion beim Rückspiel. Aber ansonsten, Lors wirklich ein sehr sympathischer Verein und habe ich wohl ganz gut getroffen, würde ich sagen. Auf Platz 5 kommt bei mir Olympique Marseille. Neutrainer ist Marcelino. Oh, Marseille stimmt, die wurden nur 8er am Ende. Alexis Sanchez, Colaschinats, Payet und Ünder wurden abgegeben und mit Aubameyang, Lodi, Kondogbia, Ndiay und Ismail Assar ersetzt. Die Qualität konnte man so mehr oder weniger gleich halten, aber ich sehe das Ganze recht kritisch. Der Kader, beziehungsweise vor allem die Spielertypen, passen eigentlich mehr zu einer Dreierkette, wie zum von Marcelino praktizierten 4-4-2, der zusätzlich noch kein Französisch spricht als Trainer. So ist man auch aus der Champions League-Walli gegen Panathinaikos rausgeflogen und wird nächste Saison, laut mir, nur Fünfter, da man sich auch erstmal einspielen muss und da erstmal einige Rückschläge hinnehmen wird. Ja, und meine kritischen Worte waren tatsächlich berechtigt. Man hat sich relativ früh, beziehungsweise sogar sehr früh von Marcelino getrennt. Hatte dann zwischenzeitlich Gattuso als Trainer, am Ende dann den Trainer, der mit der Elfenbeinküste in der Gruppenphase des Afrika-Cups ausgeschieden und da gefeuert wurde. Also das war irgendwie ganz kurios, am Ende nur 8er geworden, nächste Saison nicht europäisch. Also eigentlich ganz gut von mir, dass ich sie tiefer erwartet habe, wie in der Saison davor. Aber ich hatte sie dennoch zu positiv gesehen, daher 3-Plätze-Unterschied. Kommen wir zur Top 4 und für die Champions League-Walli berechtigt wäre laut meiner Prognose der OSC Lille. Sie gehen ins zweite von... Oh, tatsächlich nochmal ein Volltreffer mit Lille auf der 4. Gut, es wird wahrscheinlich sogar noch einer kommen, aber auf 4 habe ich das jetzt nicht unbedingt erwartet. Wobei Lille da in dem Bereich schon zu erwarten war, aber hören wir mal rein. Von Sekaya mit Conference League-Spielen und einem Kader, der zwar Josefond, Vea und Bamba verloren hat, aber Jonathan David konnte man tatsächlich trotz der Nachfrage auf dem Stürmermarkt halten. In Kombination mit dem sehr talentierten Kader. Ja, also Jonathan David wird gefühlt auch nie wechseln, wahrscheinlich diesen Sommer auch nicht. Ja, gute Saison von Lille, auch international waren sie länger dabei. Sind dann sehr unglücklich an Aston Villa gestaltet in der Conference League. Auch eine gute Saison im Tor von Chevalier als sehr jungen Torhüter. Und Lille hat mir auf jeden Fall gefallen. Auch mit Leni Jojo hatten sie ein wirklich herausragendes Innenverteidigertalent. Aber gut, ich habe es ja so erwartet, daher machen wir weiter. Oh, und wenn ich mir gerade so die Tabelle in der Realität anschaue, dann merke ich, wer jetzt noch in der Top 3 kommen wird. Und ich ahne Böses. Platz 3 belegt für mich kein französisches Team, sondern die AS Monaco. Oh, und die böse Vorahnung kommt tatsächlich erst auf Platz 2. Monaco habe ich auf 3, wurden Vizemeister. Gut, im Nachhinein ist der Take vielleicht schlecht gealtert, weil Nübel bei Stuttgart plötzlich deutlich besser war. Aber damit konnte ich ja jetzt nicht rechnen. Und Köhn ist mittlerweile nicht mal mehr Stammtorhüter bei Monaco. Ist jetzt Majetzki. Die Vorbereitung mit der Umstellung auf Dreierkette war vor allem spielerisch gut, wovon einige Spieler im Kader profitieren könnten, da das System besser zu ihren Stärken passt. Da denke ich vor allem an die Schienenspieler mit Vanderson, Kajo Henrik oder Jakobs oder vor allem die Halbraumspieler mit Minamino oder Golovin. Ja gut, mittlerweile variiert man so ein bisschen aus Vierer- und Dreierkette, aber ist trotzdem ganz gut. Vizemeister wird für mich... Ach, das war schon, was ich zu Monaco gesagt habe. Also, ja, gut auf den Punkt gebracht, wurden letztendlich souverän sogar Zweiter. Daher ein Platz zu niedrig, aber komm, das war trotzdem ein guter Take. Im Gegensatz zu dem, was jetzt kommt, denn ich rechne hier stark mit Stadrenn. Und Vizemeister wird für mich in der Saison tatsächlich Stadrenn. Für mich sind sie so ein bisschen... Boah, dass ich die auf der 2 hatte. Also ich wusste, dass ich sie hoch habe, so auf 4 vielleicht. Aber dass ich sie auf 2 gepackt habe... Ja... Also sie wurden Zehnter, nur mal, um das euch mitzuteilen. Viele interessante Spieler und die einzige Schwachstelle ist der Torwart. Um näher darauf einzugehen, Kapitän Amari Traore hat sie verlassen und auch Ugo Dschukwu wurde an Chelsea verkauft. Dennoch hat man sich verstärkt im Mittelfeld mit Enzo Lefay, Ludovic Blas und mit ordentlich Erfahrung mit Matic. Das macht sie vor allem praktisch nochmal deutlich variabler. Da hat man einen Boricot, der kann zentral oder rechts spielen. Dann hast du eben Santa Maria eigentlich schon als Sechser, jetzt kommt noch Matic dazu. Zusätzlich wird auch irgendwann nochmal ein... Gut, Matic hat jetzt auch nicht allzu gut funktioniert. ...terrier von seiner Verletzung zurückkommen. Also da ist man echt gut aufgestellt, auch mit einem Guiri. Und deshalb sehe ich sie dieses Jahr bei den Topclubs ganz vorne mit dabei und tippe sie als Vizemeister. Ne, ganz schlecht gealtert. Achtplätze Unterschied, sie wurden Zehnter. Da habe ich mich ein bisschen zu eig aus dem Fenster gelehnt. Wobei ich halt echt schon viel in dem Kader sehe. Und wenn da alles zusammenläuft, dann kann das schon so hinhauen, dass sie mal zweiter werden. Aber da ist da auch viel neben dem Platz falsch gelaufen. Daher einfach eine schlechte Prognose in dem Fall. Gut, die Punktlandung auf der 1 nehme ich jetzt natürlich noch mit. Wobei das natürlich jeder so gemacht hätte vor der Saison und dann natürlich auch so gekommen ist. Und jetzt kommt natürlich noch, bevor er abschaltet, ihr wisst natürlich schon, wer kommt. Und zwar ist es der Risa Jamal auf der 1. Ich habe es damals schon genauso angekündigt. ...als erneuter Meister, denn da soll... Eigentlich traurig, dass PSG fast immer Meister wird, aber... Beziehungsweise, dass man fast immer damit rechnen muss. Tatsächlich waren sie jetzt zuletzt auch teilweise nicht Meister. Immer schön zu sehen, aber in dem Jahr ist es leider wieder gelungen. ...bis Enrique als neuer Trainer den Umbruch des Dauermeisters nach den Abgängen von Neymar und Messi vollziehen. Was mit Mbappé ist, steht so ein bisschen in den Sternen. Da wird man sehen, was noch bis zum Ende des Transferfensters passiert. Ja, nichts. ...hergegen haben sie sich extrem gut und teilweise auch echt preiswert verstärkt mit Asensio, Skrinja, Ugarte, Dembélé, Hernandez, Pangenly und Gonzalo Ramosch. Boah, also die haben alle nicht so wirklich gezündet, muss man sagen. ...endlich wird man so halt einfach Meister. Ich denke mal sogar noch so... Ja, und letztendlich reicht die Qualität halt trotzdem, die man schon im Kader hatte. ...souveräner wie im Vorjahr. Souveräner wie im Vorjahr, zumindest wenn man den Abstand zum zweiten sieht. Da waren es ja im Vorjahr, war es glaube ich nur ein Punkt auf Lons. Dieses Mal neun Punkte auf Monaco, daher souveräner. Also ja, auch da habe ich es auf den Punkt gebracht. Letztendlich komme ich bei einer Summe aller Differenzen von 49 raus, was glaube ich ein relativ guter Wert ist. Muss ich nochmal vergleichen mit den anderen Ligen. Und ja, das ist tatsächlich ein ziemlich gutes Ergebnis. Ich war bisher nur in der Premier League besser. Beziehungsweise da muss man sagen, das sind auch 20 Teams. Da war ich mit 48 also schon relativ klar besser. Ansonsten aber nur in der Bundesliga in der vergangenen Saison, also 22, 23. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Es waren natürlich ein paar Ausreißer nach oben mit Stad Prest, mit Clermont so ein bisschen und vor allem mit Stad Rennes. Stad Prest war jetzt nicht unbedingt so zu erwarten. Bei den anderen, die sehe ich schon kritischer. Da hätte ich vielleicht mit rechnen können. Aber ansonsten hatte ich jetzt keine krassen Ausreißer. Toulouse hatte ich noch 5 Unterschied. Aber ansonsten waren es nie mehr als 3 Plätze Unterschied. Also ich war bei den meisten schon in der richtigen Region. Zudem da noch 3 Punktlandungen mit Le Havre, mit Lille und mit Pégé natürlich. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden, vor allem wenn man es mit der Liga im Vorjahr vergleicht. Da hatte ich 66 in der Summe und da muss man sagen, da waren es noch 20 Teams, während es jetzt nur noch 18 Teams waren. Die haben ja die Klubanzahl reduziert. Daher bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Mal schauen, was ich nächste Saison so leisten kann. Das soweit meine Reaktion auf die Liga-Prognose. Es fehlen natürlich noch die La Liga und die Serie A. Zudem noch ein paar Teams der Saison. Also bleibt auf jeden Fall gespannt, falls es euch interessiert. Falls nicht, dann habt ihr ohnehin nicht bis hierhin geschaut. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.